Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, ich bin wieder beim Resin, beim Epoxidat, je nachdem wie ihr es jetzt betitelt haben möchtet. Ich habe mir wieder mal was Neues überlegt und, also zumindest für mich, die Form selber hatte ich letztes Jahr schon mal gemacht und habe jetzt diesmal überlegt, ich möchte sie gerne mit Belichtung machen, wollte mich einfach mal ausprobieren und mal schauen, wie es am besten funktioniert. Und genau, ganz wichtig, immer gleich am Anfang, Handschuhe sind wichtig und auch eine Maske zu tragen, weil auch Epoxidat hat einfach eine chemische Reaktion und Gerüche, Dämpfe, die austreten und dadurch am besten wirklich einfach mit einer Maske machen. Es gibt ganz aufwendige Masken, ich nehme in der Regel eine etwas nicht ganz so aufwendige Maske, aber wie gesagt, das ist für jeden unterschiedlich jetzt und hat auch eine gewisse Eigenverantwortung. Ansonsten, ich habe es jetzt eben mit einer Beleuchtung jetzt versuchen wollen. Ich habe drei Formen, einmal Family, einmal Love und einmal Home. Und da habe ich jetzt angefangen, die ganzen Drähte rein zu flechten und ich muss sagen, das war gar nicht so einfach und es ist mir auch nicht ganz so perfekt gelungen, was ich manchmal ein bisschen jetzt schade finde, aber ich werde es bestimmt auch nochmal probieren. Und genau, ich habe mir 0815 Lichterketten erstmal geholt gehabt. Da bitte auch darauf achten, bitte immer nur für den privaten Gebrauch. Und weil natürlich jedes Wohnen elektrisches eingebaut wird, muss natürlich eigentlich sonst abgenommen werden vom Amt. Und dadurch schaut einfach, dass ihr da so ein bisschen das nur für den privaten Gebrauch macht. Ich habe es jetzt auch nur für mich gemacht und habe dadurch also keine Verantwortung, sondern nur mir gegenüber. Und die Lichterketten selbst waren jetzt eben halt an sich, haben ihr Siegel drauf gehabt und dadurch ist es für mich jetzt okay. Es muss halt nur abgenommen werden, ob es halt auch mit Epoxidharz funktioniert. Dann habe ich meine Waage wieder genommen. Ich liebe diese Waage noch immer. Sie ist sehr genau und ich kann dadurch sehr gut mitarbeiten. Und habe auch wieder das ganz normale Epoxidharz, was ich von Anfang an nutze. Ich habe mich bisher noch an kein anderes herangetraut. Vielleicht mache ich es ab nächstes Jahr. Aber für dieses Jahr habe ich mich jetzt nochmal für das Resin for Dekor entschieden. Es ist für mich das Beste. Es riecht nicht so extrem. Also wenn man jetzt doch mal die Maske vergessen hat oder so. Es riecht nicht so extrem. Die Dämpfe, daran ändert sich jetzt nichts. Aber wie gesagt, die Dämpfe, der Geruch selber ist nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel bei anderen Harzen. Und dadurch ist es für mich so ein bisschen mein Anker, an dem ich mich immer so ein bisschen lang angele. Und ja, genau. Also das Resin for Dekor wird 1 zu 1 abgemischt. Und das heißt, ein gleicher Teil jeweils vom Harz und vom Hertha. Und das macht es halt tatsache auch sehr, sehr leicht. Es gibt Unterschiede. Es gibt es auch 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 2. Und wie gesagt, für mich ist es jetzt einfach die leichtere Variante. Man braucht wirklich nur zu schauen, nimmt man von jedem Teil das Gleiche. Und man muss sich nicht drüber Gedanken machen, macht man es jetzt richtig oder nicht. Ich habe dann, ganz wichtig, eben auch das intensive Rühren. Ich schaue immer so ein bisschen auf die Uhr, aber letztendlich ist einfach auch das, wie es drinnen aussieht, halt wichtig. Ich weiß nicht, wem es jetzt gerade aufgefallen ist. Zu Anfang war es noch sehr klar. Jetzt ist es sehr milchig mit Schlieren drinnen. Und Ziel ist es, dass es wieder sehr klar aussieht, wenn man fertig ist mit Rühern. Unbedingt die ganzen Ränder nicht vergessen, den Boden nicht vergessen, dort auch immer wieder mal rüber zu gehen, damit dort halt nicht die Unreinheiten dann entstehen, wo man nicht gut genug umgegrüert hat. Und das macht sich halt wesentlich besser, wenn man dann halt so ein bisschen auch ein Zeitfenster im Hinterkopf hat und nicht das Gefühl hat, ach, das reicht jetzt schon. Und dementsprechend, glaube ich, habt ihr dann ab einer bestimmten Zeit auch einen gewissen guten Blick auch dafür. Ich habe es dann zwischendrin so ein bisschen stehen lassen, weil ich irgendwie ein bisschen hektischer diesmal gerührt habe und dadurch einige Luftbläschen geblieben sind. Und wenn man das im Moment stehen lässt, dann kommen die Bläschen so ein bisschen hoch und werden auch wieder weniger. Und dadurch habe ich mich dann erstmal entschieden, die ganzen anderen Kabel noch reinzumachen in die zwei anderen Formen. Achso, als Resin eventuell noch hilfreich. Ich habe von jeder, also vom Hertha und vom Harz jeweils 90 Gramm genommen. Hat für mich jetzt sehr gut ausgereicht für die erste Schicht, also für alle drei Formen. Und beim zweiten Mal habe ich dann auch wieder jeweils 90 Gramm genommen und auch das hat sehr gut ausgereicht. Im Gegenteil, es hat auch noch für zwei kleine Buchstaben gereicht und dadurch... Aber da habe ich halt auch schon ganz gut ausgekratzt gehabt, also keine Sorge. Es war nicht mehr wirklich viel übrig, aber das werdet ihr zum Schluss sehen, wenn ich euch die Ergebnisse zeige. Ja, ansonsten, falls euch mehr meiner Videos interessieren, weil ich jetzt noch so schön am Kabel einsortieren bin. Falls ihr Fragen habt, immer wieder gern. Ich versuche so schnell wie möglich auch zu antworten, falls ihr irgendwie was wissen wollt, was ich verwendet habe. Nicht alles finde ich immer noch, aber vielleicht finde ich dann eine Alternative. Oder falls ihr mir gerne einen Daumen nach oben dalassen wollt, dürft ihr das natürlich auch gerne. Falls ihr gerne ein Abo dalassen wollt, freue ich mich natürlich auch sehr gerne. Wir sind in diesem Jahr sehr gewachsen. Also, wie gesagt, ich freue mich über jeden Einzelnen, deswegen sage ich auch sehr gewachsen. Wir sind aktuell bei 157 Abonnenten und ich freue mich über jeden Einzelnen sehr. Ja, so, aber jetzt weiter. Ich habe mich entschieden, meine erste Schicht mit dem Blattgold zu machen. Und das nicht nur mit einer Farbe vom Blattgold, also nicht nur Gelbgold, Silber oder Roségold, sondern ich habe alle Farben reingemacht, weil ich kann mich in der Regel nicht entscheiden. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin da immer so ein bisschen ratlos manchmal und habe es diesmal ausprobiert. Ich habe es woanders mal gesehen, dass das Blattgold gleich eingerührt wurde, was ich bisher noch gar nicht ausprobiert hatte. Und es hat wirklich gut funktioniert. Und habe damit jetzt dann erstmal die erste Schicht gegossen, habe da geschaut, dass hoffentlich die ganzen Kabel nicht ganz so hoch stehen. Und war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Erstens mit dem Blattgold, weil der Platz ist natürlich auch immer sehr begrenzt und wenn dann was daneben kleckst, ist das auch nicht so schön. Und erschwerend kam hinzu, diese Kabel hatten ein Eigenleben. Sie sind ständig immer wieder hochgekommen. Also es war ein ganz kleiner Kampf, mit dem ich nicht ganz so gerechnet habe. Aber ich finde, das Endergebnis war jetzt doch dann gut. Ein, zwei Stellen sind es, wo ich dachte, so ein Mist. Aber wie gesagt, für mein erstes Mal habe ich das, glaube ich, ganz gut jetzt hinbekommen. Und es gibt nur ein Fehl und den zeige ich euch dann zum Schluss, wenn ich euch die Ergebnisse zeige. Ich habe einmal Getrieff beim Einkaufen. Und habe dementsprechend da einfach mal nicht so richtig aufgepasst. Aber wie gesagt, das erzähle ich euch zum Schluss, wenn ich euch die Ergebnisse zeige. Okay, und hier seht ihr schon, wie ich ständig irgendwie gucke, dass da die Kabel runtergehen wieder. Und ich habe wirklich echt sehr gekämpft. Aber gut, das soll so sein anscheinend. Und habe dann irgendwann auch versucht mit den Fingern, weil ich irgendwann, ich weiß nicht, wer mich kennt, und ich bin nicht unbedingt mit Geduld gepudert und freue mich natürlich, wenn ich dann das irgendwie mehr oder weniger dann doch hinbekommen habe. Und ja, aber nach circa 14, 15 Stunden habe ich dann die zweite Schicht in Angriff genommen. Die war ein bisschen leichter, weil die Kabel waren ja jetzt, die haben schon ein bisschen Festigkeit gehabt. Ich habe nur noch minimal so ein bisschen nachgedrückt. Und auch hier wieder Handschuhe nehmen. Ich weiß, manche nehmen die öfter. Ich kriege das irgendwie nicht hin, weil irgendwie klebt das dann alles. Und ich kriege die nicht so ausgezogen. Und dadurch ist das für mich tatsächlich sehr schade. Ich habe noch keine Alternative jetzt gefunden. Vielleicht muss ich die einfach noch viel größer kaufen. Dann kann man die auch noch öfter nutzen. Da werde ich mich nächstes Jahr so ein bisschen austoben, glaube ich. Und genau, jetzt dann hier habe ich natürlich auch wieder gerührt. Allerdings habe ich festgestellt, ich wollte ja auch den Rührer nochmal nutzen. Ich habe ihn nicht mehr aus dem Becher bekommen. Also musste ich mir einen neuen holen und hatte dann leider erschwerte Bedingungen, um dann umzurühren, weil dieser Stab ja noch drinnen gewesen ist. Und ja, man lernt auch da aus den Fehlern. Sonst habe ich den Rührerstab immer rausgenommen und oben raufgelegt. Diesmal habe ich es vergessen und dann war leider schade. Und genau, aber wie gesagt, ist vollkommen okay. Man lernt aus seinen Fehlern. Und das ist wie, ich hatte glaube ich nur einmal einen Fehl, dass ich nicht richtig gerührt habe. Und dann ist es einfach nicht festgeworden. Es war verhext, es ging nicht, es ging nicht, es war einfach nicht richtig umgerührt worden. Und dadurch immer wieder mein Hinweis, bitte, bitte richtig rühren, wenn ihr das gerne mal ausprobieren wollt. Und ja. Ja, und diesmal habe ich mich für drei Farben entschieden. Das habe ich tatsächlich aber erst in dem Moment entschieden. Ich habe es nicht vorher, weil ich weiß nicht, wer das manchmal auch so kennt. Man hat so unterschiedliche Tage, mal die Farbe, mal die Farbe. Und habe mich dann für ein Rot entschieden, für ein Weiß und für so ein leichtes Gold, Rosé-Gold. Und habe dann so ein bisschen geschaut, wo kann ich jetzt am besten, welche Farbe passt am besten zu welches Wort. Und finde, dass die Farbwahl genau richtig war für mich und dadurch, genau. Ja, ich habe dann noch so ein bisschen, wie gesagt, die Kabel noch mal ein bisschen runtergedreht, runtergedrückt. Und jetzt habe ich die Farben, das Epoxidharz, erst mal auf drei Becher verteilt. Family ist ja ein bisschen größer, beziehungsweise die Buchstaben sind dann einfach kleiner zwar, aber dadurch doch ein bisschen länger. Und habe so ein bisschen geschaut, dass hoffentlich das Epoxidharz reicht, aber ich hätte im Zweifel auch noch mal ein bisschen was nachgelegt. Ihr seht schon, ich habe übrigens die ganze Zeit so ein bisschen den Speedy angemacht. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles ganz gut erkennen, was ich tue, damit ihr so ein gewisses Gefühl einfach auch dafür habt, was ich mache. Habe ich ganz wenig jetzt nur wirklich rausgeschnitten gehabt, also fast gar nichts. Habe es eben nur ein bisschen schneller gemacht. Mir ist immer wichtig, dass ich euch alles zeige, was ich mache. Und nicht abkürze oder ähnliches, ihr einfach ein Gefühl dafür entwickelt. Teilweise, was das heißt, wie lange das ist, wie viel rühren und, und, und. Ich habe es nur beim Endgültigen, beim Epoxidharz anrühren, kürze ich in der Regel ein bisschen, damit das halt nicht ganz so langwierig ist, wenn ich da nur fünf oder sechs Minuten vor mich hin rühre. Ja, und dann war das große Zielen wieder angesagt, nämlich in die kleinen Förmchen, dass das reinpasst. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage, das kennt, glaube ich, auch jeder. Mal hat man ein zittriges Händchen und mal eben ein wieder festeres Händchen, um damit zu gießen. Aber ihr seht schon, es funktioniert schön. Ich liebe es, ähm, auch das Love, das mit dem Rot, äh, das war für mich relativ schnell klar, dass Rot Love wird. Ich glaube, hätte ich da eine andere Farbe genommen, hättet ihr vielleicht gedacht, warum macht sie das jetzt? Aber, genau. So, und das Family hat diesen Goldtouch bekommen. Ich liebe den ja sehr, der hat so einen cremigen Farbton, der funktioniert, ist halt relativ schön. Der ist jetzt auch nicht, ich habe auch andere Farben, wo ich halt manchmal das Gefühl hatte, da kommt so viel von den Farbpigmenten wieder nach oben. Egal, wie viel ich genommen habe, was ich dann natürlich immer sehr schade finde. Und, äh, ja, ich habe überall so ein bisschen erstmal ein bisschen was reingegossen gehabt, habe dann auch ein bisschen geschaut, dass ich nochmal nachgegossen habe, weil ich immer das Gefühl hatte, da muss noch was durch die, ähm, kleinen Kabellücken, die ich noch hatte, reingegossen werden. Dadurch habe ich dann überall später noch ein bisschen nachgegossen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, was ich meine. Also, ich habe nicht gleich alles reingegossen, sondern, ähm, erst nochmal sacken lassen und dann nochmal nachgegossen. Ja, und dann hieß es eigentlich auch schon, das Schlimmste, was es für mich gibt, abwarten. Dann nehme ich wieder 24 Stunden, das ist bei dem Resin vor Dekor, ist es so, dass man 24 Stunden warten soll, weil es dann erst ausgehärtet ist und, äh, bevor ich es aus den Formen rausnehmen kann. Und, äh, dementsprechend war meine Geduld gefragt und, ja, hatte dann noch, weil ich eben noch kleine Reste hatte, habe ich einfach alle Reste in zwei Buchstaben reingemacht und ich finde die Tatsache sehr schön geworden. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber was soll's, ähm, da ist mal was Schönes Neues draus geworden und, ja. Und jetzt kommt natürlich das Spannende, nämlich die Form, worum es eigentlich geht, ne. Das ist jetzt Love, ähm, genau, da habt ihr so ein, so ein, äh, Stück. Und die Lampe leuchtet. So, da waren jetzt überall noch so kleine Nupsis, wo ich drüber gegossen habe, die habe ich dann noch korrigiert später und dadurch hat es nicht gleich so richtig gestanden, aber irgendwann hat es auch da funktioniert und die Lampe leuchtet. Und jetzt kommt noch das Letzte. Ich finde, das Weiße hat auch sehr schön funktioniert, auch mit dem Home und, äh, dadurch. Aber jetzt seht ihr auch den Fehlen, nämlich, ich habe leider zweimal bunte Lämmchen gekauft und einmal die weißen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch, äh, wünsche ich heute noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag und wir sehen uns hoffentlich am nächsten Sonntag wieder und seid ganz lieb gedrückt, gegrüßt und ich freue mich.